Art of the Box direkt hier in mein Studio. Die Rede ist vom Xiaomi 12 Pro und endlich ist es hier angekommen. Auch wenn es in Deutschland offiziell noch gar nicht verfügbar ist, kann man es als chinesisches Importgerät hier zu uns bekommen. Und genau das habe ich gemacht. Und deshalb packe ich heute das Gerät aus. Ihr bekommt einen ersten Eindruck und bald auch hier auf meinem Kanal ein Review dazu. Also, klappt dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe für euch das Xiaomi 12 Pro ausgepackt. Und was soll ich sagen? Ach, das verrate ich euch jetzt gleich. Etwas, was ich aber auch ausgepackt habe, ist das Xiaomi 12. Und genau dazu bekommt ihr auch ein Unboxing mit meinen ersten Eindrücken zu diesem Gerät hier auf meinem Kanal. Und zu beiden Geräten wird es natürlich ein Review geben. Also das allein ist, glaube ich, Grund genug, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu setzen und dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Also, ran an die Tassen und wir schauen uns jetzt mal das 12 Pro an. Die Verpackung des 12 Pro ist schwarz gehalten und damit hat man einen anderen Hersteller als Vorbild genommen, der die Pro-Modelle immer in schwarz verpackt. Die Verpackung ist simpel gehalten. Unten habt ihr nochmal die Spezifizierung drauf, was genau sich dahinter verbirgt. Ich habe das kleinere Modell hier für 797 Euro. Könnt ihr das übrigens gerne bei Trading Gen Zen importieren. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Denkt aber dran, bei diesem Importgerät ist kein Band 20 mit dabei. Inwieweit das eine Auswirkung hat, auch das erfahrt ihr hier in meinem Review. Hat man dann mal das, ja, oder beziehungsweise die Box geöffnet, dann wird es ganz interessant. Denn ihr könnt von vorne oben direkt mal das Zubehör sehen und klappt man das Ganze auf, hat man natürlich die SIM-Nadel mit dabei. Dann bekommt ihr auch nochmal ein Case mit dazu. Es ist ein transparentes Case. Das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Denn ich habe dieses Smartphone in schwarz ausgesucht und das soll man dann natürlich auch erkennen. Mit dabei habt ihr dann nochmal so eine kleine Anleitung und nochmal Aufkleber sind auch mit dabei. Legt man das aber dann mal auf Seite, dann können wir uns mal noch anschauen. Neben dem Gerät selbst, zu dem wir natürlich gleich kommen, habt ihr auch den Charger mit dabei. Hier, das Pro-Modell unterstützt 120 Watt kabelgebundenes Laden. Dazu gibt es dann noch das passende Kabel und, weil ihr das Ganze ja importiert, auch den passenden Adapter. Die Frage kam schon öfters auf. Trotzdem bekommt ihr volle 120 Watt dadurch, dass es hier nur um einen Adapter handelt. Interessant ist hier dann übrigens auch zu erwähnen, dass es in diesem Jahr dann auch das Netzteil mit dabei gibt. Es gibt ja auch hier andere Hersteller, die das Netzteil nicht mit anbieten. Und eines dieser super Features gerade des Pro-Modells sind ja diese 120 Watt, wie wir sie auch im 11T Pro bekommen haben beispielsweise. Und dann braucht man natürlich auch das passende Netzteil dazu. Das liefert Xiaomi hier also auch mit. Jetzt haben wir aber lange genug um den heißen Breit drum herum geredet, denn packen wir das Gerät endlich mal aus. Und was soll ich sagen? Magie, denn es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Mir persönlich gefällt diese matte schwarze Rückseite ganz gut. Es ist so ein bisschen Understatement und auch der Kamerabahn wirkt gar nicht so überladen, wie wir es auch bei anderen Modellen schon selbst aus dem Hause Xiaomi insgesamt gesehen haben. Schaut man sich dann das Gerät so ein bisschen an, dann findet man oben an der Stirn dann natürlich den Hamann-Kardon-Schriftzug, denn ihr habt hier natürlich Dual-Speakers mit dabei. Auf der rechten Seite die leise Lauterwippe, dazu gibt es dann noch den On-Off-Button, den braucht man natürlich. An der Unterseite den USB-Type-C-Anschluss, auch hier sehen wir dann nochmal den Lautsprecher und den SIM-Karten-Einschub. Auf der linken Seite des Smartphones findet ihr dann nichts. Und das Display ist übrigens curved, das regt manche von euch ja immer wieder auf. Ich persönlich muss sagen, hier bei dem Modell stört es mich irgendwie nicht und man hat sich insgesamt so ein bisschen daran gewöhnt. Von der Haptik habe ich das Ganze übrigens auch mal mit dem 11 Ultra verglichen und ihr seht, irgendwie gibt es da gar keinen großen Unterschied, obwohl das Display des 12ers ja einen Tick kleiner ist als der des 11 Ultra. Also irgendwie wirkt das Ganze noch nicht so ganz austariert. Nichtsdestotrotz schalten wir das Gerät dann mal an und das Ganze ist schon so ein bisschen vorinstalliert. Für mich wirkt das Display wirklich gut und das ist ja eines der Stärken dieses Smartphones, denn wir haben ein LTPO 2.0 Display und in den Einstellungen könnt ihr es schon sehen. Einmal könnt ihr zwischen Full HD und dann QHD Plus dann unterscheiden und bei der Refresh Rate könnt ihr dann entweder manuell einstellen, 60, 90, 120 oder das Ganze auf Auto und damit kann man dann wirklich Akku sparen, denn hier wird dann die Bildwiederholrate von 1 bis hoch auf 120 Hertz skaliert und das hat dann den ganz großen Vorteil, dass ihr da Akku spart. Was ich mir auch noch mit euch angeschaut habe, sind dann die Specs. Ihr seht es hier nochmal, ich habe das Ganze ja wirklich in der kleineren Version, was aber nicht wirklich schlimm ist. Natürlich perspektivisch würde ich immer die größere Version mit mehr RAM empfehlen. Für diesen Testdurchlauf ist das jetzt aber auch gar nicht so verkehrt, denn es geht einfach darum, diese Performance zu erleben mit dem Qualcomm oder beziehungsweise mit dem Snapdragon 8 Gen 1, den wir hier in dem Smartphone verbaut haben, dürfte das auch wirklich der Fall sein. Insgesamt, wenn man das Smartphone in der Hand hat, fühlt es sich wirklich wertig an, so wie es natürlich auch sein soll. Ach ja, und fast hätte ich es vergessen, die MIUI 13 ist ja auch mit an Bord. Das Smartphone kann man dann auf Englisch oder auf Chinesisch nutzen, also Englisch kommt hier natürlich dann für mich in Frage und ich bin wirklich gespannt, wie sich die MIUI 13 insgesamt schlägt. Oh, und dann schauen wir uns natürlich auch nochmal das Kamerasetup an. Ihr habt hier schon mal so ein bisschen den groben Eindruck insgesamt und ja, eine der vermeintlichen Schwächen ist der zweifach optische Zoom und hier haben wir einen Hybrid-Zoom, der auf 20-fach dann hochgehen kann. Ich persönlich finde auch, dass das für ein Spitzenmodell ein bisschen wenig ist, aber der Fokus liegt halt dieses Jahr einfach auf anderen Einstellungen. Beim Videomodus beispielsweise könnt ihr 8K mit 24 Frames auswählen und auch generell habt ihr unter More, also über diesen Komplettüberblick, seht ihr dann auch nochmal, welche Möglichkeiten ihr habt insgesamt mit diesem Kamerasetup. Auch das werdet ihr in meinem Review nochmal bekommen. Es geht halt hier wirklich nur so um meinen ersten Eindruck, den ihr zum Gerät haben könnt und auch das scheint für mich im ersten Moment mal so weit zu stimmen. Jetzt seid ihr gefragt, was interessiert euch an diesem Smartphone? Was soll ich noch mit ins Review reinbauen? Was sind eure speziellen Fragen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, denn ich bin gespannt, wo euer Schwerpunkt bei diesem Pro-Modell einfach liegt insgesamt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.